Hallihallo und Hüdelhü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde hier in En Goud. Ist mir gerade der Name nicht eingefallen. So, wir sind noch immer auf der Suche nach Seida. Und jetzt hier bei diesem Labyrinth. Ach, Labyrinthe. Ich und Labyrinthe. Also ich habe mal gehört, immer links halten. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Wir halten uns jetzt mal links. Wenn ich mich weiter links halte, dann ist das bestimmt nicht so clever, oder? Wer hätte das gedacht? Also, wenn ihr mal in einem Labyrinth seid, haltet euch an den Tipp, immer links halten, das klappt. Sogar im Game. Haha. Ja, schön und gut, aber dann unterdrückt er die Leute. Eben. Ja, weil die hungern ja auch, wenn der an der Macht bleibt. Auch wenn du Lösegeld bekommst und denen Brot gibst. Das ist dieses gleiche Prinzip wie, wenn du einen Hungernden siehst und du ihm einen Fisch gibst, ist er für den Moment satt. Wenn du ihn aber zeigst, wie man fischt, wird er nie wieder hungern. Und das gleiche Prinzip haben wir jetzt im Endeffekt hier. Ja, du kannst denen jetzt Brot geben für das Lösegeld, aber dann hungern die trotzdem weiter, weil der Typ die unterdrückt, sagt denen lieber einen Weg da raus. Also, finde ich, ich bin Team Adalia. Ich bin ja auch Adalia. Fun. Aha, mon amour. Du sässt mich auf Schmerz. Wir müssen unsere Romantische, stell dich an, verschieben. In diesen Bischen schubbeln sich einfach zu viele Tuteltauben herum. Das war der Typ, den ich hier gerade fertig gemacht habe. Okay, okay. Wenn auch immer er damit meint, ich hoffe nicht mich. Ich könnte dich zu meiner Frau nehmen. Was soll ich denn bei deiner Frau? Das meine ich doch. Du kannst ja nicht all sein Geld abnehmen. Das wird er auch nicht machen. Ja, äh, und du bist doof? Ja, aber wirklich. Voll die fiese Möp, Möp, hier. Was haben wir hier? Ein Büchlein mit Palastgerüchten. Einige Bedienstete schleichen sich nackt mit gestohlenem Obst und Gemüse in den Palastgarten. Keiner wagt sich fragen, warum. Vielleicht für einen steil ich ein. Äh. Okay, das ist nicht gut. Das ist besser. Aber wirklich schön hier, oder nicht? Also, mal ernsthaft. Also, hier würde ich, äh, gut, äh, vielleicht nicht unbedingt unter aufgehangener Unterwäsche, aber ansonsten würde ich ja auch picknicken. Ist doch nett. Boah. Das war knapp. Das war ziemlich knapp. Das war ziemlich knapp. Oh, hier war eine Mords-Gaudi. Ja, verdammt, ja. Was meinst du, was ich hier mache? Nur, dass ich gegen die kämpfen war. Oh, ich hab's befürchtet. Sagte sie und rannte da vorn. Nie vergessen, hier einmal umzugucken, Leute. Was ist das denn hier? Ich bin sicher, dass ich hier nicht mehr richtig bin. Oder doch? Oh, was geht denn hier? Okay. Ich hätte auch einfach gerade ausgehen können, ne? Ich weiß nicht. Aber hier wäre ich dann nicht weitergekommen. Also war das wahrscheinlich doch der richtige Weg. Ha! So, und du? Wo bin ich hier? Und was mache ich jetzt? Wo geht's weiter? Ich gucke mich um und sehe nichts. Ich bin da oben lang gelaufen. Und dann da hinten wahrscheinlich. Aber ich muss ja hier dann auch irgendwie lang kommen können. Oh. Ja, da ist der Pfeil. Aber die Tür ist doch zu. Oder kann ich die öffnen? Hab ich ja gar nicht ausprobiert, ne? Oh. Ja, hätte ich vielleicht was tun sollen. So, da haben wir sie gefunden. Saida. Und jetzt muss ich mit der kämpfen. Das wird bestimmt kein Zucker schlecken. Ich wette, die hat richtig krass Faustig hinter den Ohren. Ich stelle es mal auf alles ein. Und schaue mal, wie wir uns schlagen. Ja, klar. Ja, klar. Warum kann ich denn nicht parieren? Ich kann schon parieren, aber nicht so gut. Die ist echt hardcore. Ich kann wirklich nur direkt gegen die kämpfen. Also es wird jetzt kein Zucker schlecken. Habe ich mir aber gedacht. Mhm. Die direkt angreifen sollen, nicht treten. Die direkt angreifen sollen. Kaum pariert, ey. Ja, sag ich ja. Ich hab dich kaum pariert. Die ist viel zu schnell. Warte mal, ich muss mal irgendwas nachgucken gleich, wenn ich es wieder verliere. Irgendwas muss doch hier sein, was mir ein bisschen hilft. Oh. Oh. Wenn ich jetzt den Kampf verlasse, ist hier nichts? Nein. Okay. Küsst ihr, Alte. Da, jeder. Ah, das ist doch scheiße, ey. Ich hab hier nichts, was mir irgendwie hilft. Ich kann nichts tun, außer jetzt direkt mich da zu stellen. Und das ist quasi unmöglich. Und deswegen gucken wir mal bei Tipps und Tricks rein. Ja, eine Gegend erschreckt. Ich hab dir echt geschmutzert. Ich hab ein Beispiel gegen den Duolanten zu kämpfen. Ja, das weiß ich ja alles schon. Aber das hilft mir ja auch nicht, wirklich. Ich kann die Döcken sofort wieder aufbauen, indem ihr sie rückwärts ausweicht. Die Gegner koordinieren sich, um zu verhindern, dass ihr gegen alle... Ja, das ist so, wenn alle auf einmal sind. Überraschender Tritt. Ja, das hatten wir auch schon. Also, ich find hier leider nichts, was mir hilft. Scheiße. Ja, außer das, was ich halt schon weiß, ne? Also, klar. Also, die ist halt wie so eine Duolantin. Nur halt krasser. Ja, ich glaube, diesmal muss ich wirklich den sauren Apfel weißen und nochmal sterben. Hier, ich freiriere die, aber das funktioniert kaum. Die ist viel zu schnell für mich. Die ist viel zu schnell. Ja, eindeutig. Aber warum? Okay, jetzt hab ich es mal so versucht. Das funktioniert aber auch nicht immer. Die ist einfach zu schnell für alles. Was mach ich denn hier? Das ist doch echt total arm. Ja. Keine Chance. Dann willst du parieren und die sticht dich so voll ab. Das wird noch etwas länger dauern. Scheiße ist halt, man kann das nur ein einziges Mal machen und dann ist direkt over. Nein! Das ist doch so scheiße, weil die so schnell ist. Ich kann da nichts tun. Na, endlich. Einmal. Man kann nur auf die einkloppen, aber die ist halt viel schneller als man selber. Man kriegt mehr ab, als wie man leider austeilt. Ne, das ist fast so möglich. So, zweimal. Manchmal ist meine Lebensanzeige wieder offen. Ach, scheiße. Das ist... Das bombt die mich hier weg. Ey, die blöde Kuh. Das ist so unfair. Okay. Dann hol ich sie mir halt. Du Miststück! Jawoll! Jetzt mach sie fertig! Nein, 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 nein. Komm schon, schon einmal noch! Jawoll! Aber ich krieg kaum Leben wieder, das ist scheiße. Wo ist sie jetzt hin? Oh nein, da oben sind noch mehr. Oh nein. Was geht denn bei euch? Kann es sein, dass Weibesvolk anwesend ist? Wie soll ich denn die jetzt alle fertig machen? Ach scheiße. Aber das sind alles nicht die echten, okay. Das ist schon mal hilfreich. Aber die Würfelbomben! Nein! Oh nein, jetzt bin ich so weit gekommen. Ich hoffe, Terra zählt meine Tode. Das waren schon wirklich viele. Weil ich wahrscheinlich ein paar rausschneiden muss. Ich tue es. Ich liebe es, es zu tun. Gerade habe ich es getan und ich bin bereit, es wieder zu tun. Erzähl mir nicht, dass du es nicht tust. Ich weiß nicht, wie man so schnell parieren kann, wie die Alte. Und ich kann es überhaupt nicht. Also so gut wie gar nicht. Jetzt trifft doch! Dann trifft sie nicht mal! Jetzt aber. Geht doch. Oh! Tschüss! Ach man! Das war die Kamerasteuerung-Scheiße. Jetzt kommt... Oh nein! Die fühlt sich so schnell wieder auf, die scheiß Anzeige von der. Jawohl. So, und jetzt die Mädels da oben. Aber scheiße ist, dass meine Lebensanzeige wieder nicht ganz voll ist. Und jetzt ruft die mit ihren Bomben wieder da oben. So, dann bin ich los. Mal hin. Die explodieren auch echt schnell. Nein, nein, geh weg. Mit deiner blöden Bombe. Nein, 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 weg! Alter! So, und wo ist jetzt Zyla? Nein, ich kann es mir denken. Da hinten ging es ja noch weiter. Nein, 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 nein! Gott. Ja, da hinten schießt sie. Du misstst sie. Ich hab's nicht gesehen. Diese scheiß Anzeige sich nicht immer so schnell bei der Auffüllen würde, ne? Immer wenn ich's fast habe. Ja. Auch nix zum Werfen, schade. Ich bin jetzt wieder tot. Die ist zu hart! Ich weiß auch nicht, was für eine Taktik man da noch machen soll. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, nein! Oh! Ey, ganz ehrlich, mir tun die Finger schon weh. Was ist das wieder für ein übelst scheiß Gegner? Ich find das übel. Ich hasse sowas. Ach, halt die Klappe, du blöde Kuwaits. Hasse ich dich echt. Erst verrätst du mich hier? Ein Stück. Mann! Jetzt rage ich hier, ne? Ich krieg das nicht auf die Reihe. Es ist auch noch die Ansicht, so scheiße, ich seh hier gar nichts in der Ecke, du blöde Kuh. Das war's, was du als vor der Medizin hattest. Boah! Du dämliche Pute, ey! Ich weiß nicht, warum die so schnell sein kann. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich check das auch nicht. Ich begreife es wirklich, ich bin einfach zu dumm dazu. Kann ja auch sein. Vielleicht bin ich einfach zu dumm, um zu begreifen, was ich da machen muss. Aber die einzige Chance, die ich habe, ist immer auf die eindreschen und mich hin und wieder mal verteidigen. Was so gut wie gar nicht geht. Na mach doch deinen Scheiß! Aber in den Tricks steht ja gar nichts. Oh, gibt's hier. Ich parier doch! Ich pariere! Hallo! Ich pariere, du! Boah, ich darf nicht weiterreden, sonst werde ich gesperrt. So, geht doch. Meine Finger tun jetzt weh, ey. Ich weiß nicht, wie viel der Versuch das jetzt ist, ey. Bestimmt der 12., 13., keine Ahnung. Und sowas. Oh, Mann, oh! Ich hasse dich. Ich hasse dich mit allem, was geht, was? Biss dich, du Stück! Du kriegst es jetzt richtig schnell ab, ey. Und ich habe schon wieder unter der Hälfte Leben. Das ist die Scheiße, wenn ich jetzt da hochgehe, dass ich schon unter der Hälfte Leben habe. Das ist... Abfuck. Entschuldigung, aber Abfuck. Ist so. Abfuck! Das ist der. Ich merke jetzt hier. Da kommt die mit ihren Bomben. Die Bombenstimmung hier. Komm her. Jetzt komm her, habe ich gesagt. Ist hier unten noch jemand? Alle tot? Okay. Und jetzt meint die es richtig, richtig ernst. Jetzt drischt die so auf mich ein. Wo ist sie? Oh, geil. Jetzt ist es Buggy, oder was? Hallo? Ist das jetzt ein Scherz? Wo ist das Stück? Ach, da sind ja noch zwei. Wie habe ich denn versteckt? Ja, da wirft sie mit ihren Bomben. Ah, jetzt habe ich auch die Lebensanzeige wieder voll. Sehr gut. Oh, mein Gott. Jetzt! Ja, 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 komm! Oh, mein Gott. Meine Finger. Knack. Ja, Mann. Au. schön dass du wenigstens spaß daran hattest ich hatte schmerzen in meinen fingern so kein okay das habe ich auf jeden ich habe nicht eine aufgabe hier bewältigt sieg ein du land mit einem kroner schuss auf dem klicken eine vase sieg sei damit fertig keine waschener tritt ja nichts machen eine stunde 14 für das kapitel gebraucht also das ist schon ziemlich krass gewesen das waren auch echt krasse kämpfe deswegen habe ich auch in zwei folgen unterteilt ja ich hoffe auf jeden fall dass ihr spaß daran hatte und mir einen daumen nach oben gibt weil meine daumen die karten zwar noch aber meine anderen fingern gerade tierisch weh deswegen brauche ich eure daumen und abonniert mich natürlich auch gerne um zu sehen wie es hier weitergehen wird mit adalia und ihren krassen herausforderungen die sie hier zu meistern hat und schreibt mir auch gerne was in die kommentare würde mich natürlich sehr interessieren wie euch das game gefällt ja in dem sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen tag und bedanke mich bei euch fürs zusehen bis dahin eure natzen 3